Yo, was geht Leute? Bladus mal wieder am Start mit einem neuen Infovideo. Ja, der gute Bladus meldet sich mal wieder, was irgendwie sehr erstaunlich ist. Ja, ich hatte Probleme Sachen aufzunehmen, da mein Speicher vor kurzem neu gemacht wurde und das war eigentlich der Ort, wo ich nur aufnehmen konnte, da ich hier unten einfach keinen Platz habe. Also auf jeden Fall habe ich nicht meine Ruhe, denn hier sind immer Leute anwesend, also meine Eltern und halt Kinder meiner Schwester, die sehr oft hier zu Besuch kommen und die sind dann immer voll laut und so und da kann man nicht unbedingt aufnehmen. Und deshalb konnte ich in der letzten Zeit auch nichts mehr bringen. Ich wusste natürlich nicht, dass ich da umziehen würde, also nicht umziehen, aber dass das neu gemacht werden würde und da hatte ich dann dieses eine Video rausgekloppt, Bladus ist back, was aber dann nicht der Fall war, da mein Speicher am nächsten Tag sofort neu gemacht wurde, also die Arbeit hat dann begonnen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall Leute, heute, nee nicht heute, heute Leute, ja, morgen um 20 Uhr beginnt ein Livestream. Livestream? Der Livestream wird beinhalten Menschen wie mich, Rezi und Dardan, habe ich das gerade so richtig gesagt? Menschen wie mich, klingt voll komisch, Bruder, egal. Auf jeden Fall, morgen Livestream. Wir werden, glaube ich, Pokémon spielen, ich glaube es war Pokémon Crystal Randomizer oder so und ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen und mit uns zusammen zocken, kommentieren, Spaß haben und so, ja. Wird auf jeden Fall voll interessant, ich freue mich, denn ich habe schon lange nichts mehr gestreamt und ja, wird, glaube ich, geil. Der Stream wird auf Rezis Kanal stattfinden, also auf Rezis Twitch Kanal, also schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da sollte der Link schon drin stehen. Ich werde es morgen nochmal erwähnen, ich glaube ich werde morgen noch ein Infovideo raushauen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Falls ihr mich auf Facebook habt, ist das schon mal eine gute Sache, denn dort werde ich den Link nochmal posten, also sobald es 8 Uhr ist halt oder davor schon, keine Ahnung und dann wisst ihr auch Bescheid, wann es anfängt. Ja, ich glaube ich kann das auch hier auf YouTube machen, auf Google Plus kann ich das nochmal posten. Ja, vielleicht bringt das ja was, keine Ahnung, auf jeden Fall werde ich das machen. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid, morgen 20 Uhr Livestream, man hört sich, viel Spaß, haut da rein, bis demnächst. Tschüss.